Hallo, ich bin Marina, ich gebe in Kösching und in Eichstätt den Kurs Bootcamp und heute mache ich mit euch einen Kurs und zwar machen wir einfach Functional Training, sechs verschiedene Übungen und bauen es wie in einem kleinen Zickler auf. Genau, wir starten mit einem Mama-Klied und dann zeige ich euch nacheinander die Übungen und ich würde sagen, wir legen los. Und wir laufen auf die Stelle, die Knie geht nach oben. Und die Knie geht in den Handbüchern. Wir gehen bis ihr alle springt. Oberarme sind angelegt. Wir gehen auf das linke Bein. Ausbrechen den Bein. Und wieder beide. Und wir gehen in den Handbüchern. Und wir gehen in den Handbüchern. Und wir gehen links nach rechts und gehen unten. Er macht kurz ein Schlatter. Wir bleiben seitlich und machen einen Schock nach oben. Nach unten. Und Oura auch wieder nach dem Schnell. Andere aus. Wir gehen nach hinten. Und wir gehen hier imγ�. Wir gehen nach hinten. Wir gehen noch Рückeball. Vigilanzai. Vigilanzai. Und nachferbar. Und nachferbar. Wir gehen wieder in den Scheisspring. Und wir laufen auf der Stelle. Knie geht nach oben. Und jetzt schauen wir nach vorne. Und kurz zurück. Und wir gehen dann mal in den Scheisspring. Knie geht nach oben. Und wir gehen dann mal in den Scheisspring. Und wir gehen dann mal in den Scheisspring. So, ich hoffe, ihr seid ein bisschen warm. Und dann könnt ihr noch einen Schluck trinken. Und dann würde ich sagen, starten wir mit der ersten Runde. Okay. Erste Übung. Wir beginnen mit den beiden. Wir starten breit. Wir starten schulterbreit. Springen in die breite Grätsche. Gehen nach unten. Springen schulterbreit zusammen. Und machen einen Sport. Breit runter. In euer Tempo. Das heißt, starten, starten. Und runter. Genau. Okay. Dann würde ich sagen, eine Minute. Erste Übung. Und wir starten. In fünf, vier, drei, zwei, eins. Und go. Genau. Und so weit, wo wir es wirklich gehen. Jawohl. Und du, ich bin großartig noch in der Arme. Danke. Kaffst du dein Teil, oder? Und jetzt noch 10 Sekunden. Und die letzten 3, 2, 1. Und jetzt auch schütteln. Okay, zweite Übung. Wir bleiben in der Tipus-Kund-Position. Gehen dann einfach nur bei Abwechslung links und rechts. Genau, okay. Schultern nochmal aus. Nächste Minute starten. 5, 4, 3, 2, 1. Und auf. Bleibt so richtig runter. Oberkörper ist alles stabil. Hier. Nur die Beine geht abwechslung zur Seite. Jawohl. Und unten bleiben. Hefte der Teil ist auch schon wieder vorbei. Und noch 10 Sekunden. Dreck von unten. Auf geht's. Und 5, 4, 3, 2, 1. Und Pause. Okay, nächste Übung. Wir gehen in die hohe Beine. Wir gehen in die hohe Beine. Wir gehen in die hohe Beine. Wir gehen hier abwechselnd. Hier final zu den Schultern. Wir springen dann einfach nach links. Zurück. Nach links. Zurück. Schultern. Links. Rechts. Schultern. Links. Rechts. Okay. Wieder eine Minute. Wir starten mit 5, 4, 3, 2, 1. Und go. Schauen Sie sich jetzt mit hier bleibt. Und starten. Wir starten mit 5, 4, 3, 2, 1. Und starten. Und starten. Und starten. Und starten. Und wieder direkt mit den Armen. Und starten. Und wieder direkt mit den Armen. Und starten. Und nach 10 Sekunden. Und nach 10 Sekunden. Und nach 10 Sekunden. Sehr gut. Etwas. Nächste Übung. Und nach 10 Sekunden. Wir bleiben in der Plane. Und wir wollen das hier tief gehen. und nach 10 Sekunden. Und wir gehen einfach nur immer kurz nach vorne und zurück. Okay? Dann ist hier eine Lüfte, alles komplett schön gemacht. Okay. Nächste Übung in 5, 4, 3, 2, 1. Und go. Eine Minute, auf geht's. Genau, Schiebzeug nach vorne mit den Zehenspitzen. Und die Hälfte der Zehenspitze wieder um. Wir wackeln dazwischen, auch ein kurzer Halte. Und dann wieder hin. Und noch ein kurzer Halte. Und geschafft. Okay, dann kommen wir schon zur Baugübung. Erste Übung beim Baug. Wir liegen auf der Matte, die Beine. Gehen ausgestreckt nach oben. Arme sind seitlich. Und wir heben die Hüfte. Und gehen in die Strecke. Heben die Hüfte. Und gehen in die Strecke. Versucht hier wirklich ohne Schwung zu arbeiten. Und einfach aus der Hüfte raus. Nach oben schieben. Okay. Dann machen wir bereit. Wir starten in 5, 4, 3, 2, 1. Und go. Eine Minute. Auf geht's. Genau. Lass die Füße gestretzt. Spannung im ganzen Körper. Und auf geht's. Auf geht's. Wir haben noch 10 Sekunden. Und die letzten 5, 4, 3, 2, 1. Und könnte Pause für euch. So, ihr braucht jetzt am besten eine Dringensdarstellung im Energiebestand, den ihr sozusagen als Zünder mischneet. Und zwar sind wir auf dem Bezess. Oberkörper geht zurück. Beine gehen in die Luft in den Handelwindeln. Und dann gehen wir einmal links, rechts, hierüber an eurem Widerstand vorbei. Genau. Wir können den Oberkörper mit den Armen in der Luft lassen. Oder ihr schützt euch mit dem Atem. Und gehen es dann nochmal zu. Zusammen. Und wieder. In die Strecke. Hey, das ist ein Spielplatz. Wo alle groß sind mit dem Traum. Alles anspannen. Und dann schlagen wir mit der Übung. 4, 3, 2, 1. Und go. Und links und rechts an eurem Widerstand vorbei. Auf geht's. Und die Erste, lasse einstüge wieder oben. Jawohl. Und Papp zeigst du am Abgehen. Auf geht's. Und die Erste, lasse einstüge wieder oben. Und die Erste, ja. Und die Erste, lasse einstüge. Und die Erste, lasse einstüge. Und die Erste, die Erste, das passt es. Und jetzt die Erste. Wir machen noch zwei Runde und normal ist so, dass wir 45 Sekunden die Übung machen und dazwischen haben wir kurz eine kurze Phase. Okay, also jetzt zwei Runde durch Haar. Okay, schon wieder einmal aus. Genau, unsere erste Übung ist wieder der Tanzquart, die Kommi. Okay, wir starten in fünf, vier, drei, zwei, eins und go. So, runter und in den Spot. Jawohl, schon jetzt euer Tempo. Sehr gut. Hältst du das eigentlich schon wieder oben bei der Runde? Jawohl. Und die letzten fünf, vier, drei, zwei, eins und kurze Pause. Schütteln gleich aus. Okay, jetzt kannst du wieder in die Startposition gehen. Tiefer Spot. Und wir starten in drei, zwei, eins und go. Bleib tief und seitlich weg. Jawohl. Und gleich zu richtig unten. Bleib komplett stabil. Sehr gut. Und noch einmal runter. Auf geht's. Und die letzten 10 Minuten. Und noch fünf, vier, drei, zwei, eins. Und kurze Pause. 15 Sekunden. Dann könnt ihr euch schon bereit machen, die nächste Übung. Auf geht's. Auf geht's. Und ich starte. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Und raus. Fett auf die Schultern. Und wir schauen mal nach vorne. Sehr gut. Und bleibt stabil. Vier. Und auf geht's. Und Herzen steigen. Die letzten fünf. Und der letzte. Jawohl. Wer eine Matte hat. Geht auf die Matte. Und wir halten die tiefe Blank. 45 Sekunden. Und wir starten. Drei. Drei. Eins. Und go. Und bleibt stabil. Auf geht's. Und pause. Und auf geht's. Und auf geht's. Und auf geht's. Und auf geht's. Okay, zweimal den Bauch. Und jetzt wieder vorbei. Okay, jetzt starten. In 5, 4, 3, 2, 1 und go. Hüfte nach oben schieben, Beine strecken. Ja, und richtig gut mit der Hüfte. Ja, und jetzt noch 10, 4, 3, 2, 1 und go. Und die letzten 5, 4, 3, 2, 1 und kurze Pause. Ihr braucht nur einen Wierschalz, einen Gegenstand. Letzte Übung in der Runde und wir starten für 5, 4, 3, 2, 1 und go. Bleib stabil und zeig dich vorbei. Jawohl, jetzt zeigt, wie du aufgehst. Und noch 10 Sekunden noch. 5, 4, 3, 2, 1 und go. Und 1, kurze Pause. Gewegt, zeig ein bisschen. Gewegt, zeig ein bisschen aus. Bringt dann den Schluck. Okay. Der Marker will nach der Stelle laufen. Bewegt sich das Halbweg. Gewegt, zeig ein bisschen nach vorne. Gewegt, zeig ein bisschen nach vorne. Jetzt locken wir den Huffle Run. Locken den Zeitspring. Das Brinkzeug geht wirklich raus, auch mit dem Bein. Jetzt die Füße nochmal noch so nach vorne. Locken wir mit den Zeitspring. Und noch mal steig dich. Okay. Und dann ist Runde 3. Sechs Mal. Okay, letzte Runde. Und dann machen wir noch ein kurzes Ausdauern. Okay, geht schon mal in der Startposition. Beine sind schulterbreit. Und wir starten in 5, 4, 3, 2, 1. Und go. Und runter. Und in den Spot. Jawohl. Und auf geht's. Hier wir üben nur noch einmal. Und auf geht's. Und auf geht's. Jawohl. Und runter. Auf geht's. Sehr gut. Und nach 10 Sekunden. Und die letzten 5. 3. Und der letzte. Sehr gut. Du kannst ausschütteln. Und die letzten 5. Wir gehen in die tiefe Stoeposition. Und wir starten. 3, 2, 1. Und go. Und zeitlich weg. Auf geht's. Jawohl. Und bleibt unten. Und unten. 3, 2, 3, 2, 1. Und kurz Pause. 3, 2, 3, 2, 1. Und kurz Pause. crowded speed. Und anrufsberein. Und der Vollkorke. Und unser Vollkorke. Und wir. In 5, 4, 3, 2, 1. 3, 3, 1. Und go. Wir tippen. Und springen. 3, 2, 3, 3, 2, 1. Und Strom. Und Strom. Und Strom. Und ihr habt es gleich. Und die letzte Masch. Und einer noch. Sehr gut. Und schraub auf die Bande. Und wir halten die Blech. In 5, 4, 3, 2, 1. Und auf geht's. Und nochmal weiter. Und auch ganz so viel. Und jetzt. Jawohl. Die Nachdenknecht. Die Nachdenknecht. Die Nachdenknecht. Die. Eins. Und nach dem Mal. Let's turn out a little bit. Okay, Nachdenknecht. Und die Nachdenknecht. Fünf. Vier. Zwei. Zwei. Eins. Und raus. Mittelschreie. Und Körperspannung halten. Auf geht's. Ich habe dich erst gefragt wie das laufendst recht bist. Ich habe mir geschwärmt. Mir geht's so gut. Es geht gut. Genau, wo keiner geht. Ich habe mir geschwärmt. Mir geht's so gut. Mir wollt. Ich habe mir geschwärmt. Mir geht's so gut. Mir wollt. Ja, das hat nur ein Bier. Ihr habt das bereit. Und die letzten fünf, vier, drei, zwei, eins. Und die letzte Bauchübung. Wir brauchen die neuen Hülle. Okay. Und wir starten noch nicht wieder. Drei, wir starten. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Und auf geht's. Wir werden um 40 hier. Genau, kämpft euch noch mal durch. Auf geht's. Ihr habt es gleich. Noch zehn Sekunden. Und die letzten fünf. Und geschafft. Schüttet euch aus. Sehr gut. Bringt euch zurück. Schüttet die Beine aus. Die brauchen wir jetzt noch mal. Gleiche Bewegung. Gibt's früher mit nach der Stelle. Schüttet weg aus. Wir haben noch ein kleines Ausdauerspiel. Und zwar meine Bootcampo von Kösching. Die Kennens. Und zwar spielen wir jetzt Sally. Die, ich erkläre es euch kurz. Grundposition. Überhaupt noch mal beide. Sind die Kniebeugen. Wir starten tief. Immer wenn es heißt, go Sally up. Gehen wir hoch. Und wenn es heißt, go Sally down. Gehen wir runter. Okay. Ab und zu heißt es, go down. Das hier halten. Dann bleiben wir natürlich unten. Machst du einmal mit mir mit? Ja. Ich drückzeuge mal mit den Fingern ab. Bereit? Okay. Letzte Einheit. Auf geht's. Ich drückzeuge mal mit. Und runter. Und runter. Und runter. Und runter. Und runter. Hier mit den Händen. Rechts unten. Auf geht's. Und runter. Und runter. Und runter. Das ist gut. Und runter. Und runter. Und runter. Und runter. Und runter. Bis zum Urach geht's. Bis zum Urach geht's. Was haben wir noch? Und runter. Und runter. Und runter. In dasером. Und runter. Und runter. Und runter. Und runter. Und runter. Jawohl. Und runter. Und runter. Und runter. Wir halten nochmal. Auf geht's. Und gleich runter. schw suitcase mit einem Barsch. kilannel. Sehr gut. Wir halten etwas herum. Wir gehen wieder in die Mitte und passen, ob man ein Stück weit runterkommt. Und wir gehen zur weiteren Seite. Wir gehen wieder zur Mitte und springen mit den Beinen zusammen, gehen nach oben und gehen noch einmal nach unten. Und zwei Sehenspritzen, drei Lundernieren. Dann gehen wir mit den Linken zu, mit außen. Denen wir wahrscheinlich mit der Linkseite. So weit in die Kirche. Wie es geht, können wir nur noch mal drauf bleiben können. Wir können sich hier anbieten, wenn wir Saunas drücken können. Wir sind hier in die Mitte und wir wechseln die Seite. Und wir gehen zusammen. Reifen mit dem Linken Fuß. Nur an den Hals umdrücken. Ziehen die Hände und die Hände. Wir gehen nach vorne. Und wir stehen hier in die Mitte. Wir gehen nach vorne. Und wir stehen hier in die Mitte und wir stehen hier in der Mitte. Und wir stehen hier in die Mitte. Und wir stehen hier in die Mitte. Wir greifen auf die Pfeil, ich bin wieder zurück, vor. Wir greifen den Fuß außen und schieben ihn nach innen rein. Sobald wir kommen, schau, dass ihr stabil steht, wir gehen in den Kurschen außen, was ihr seht. Ja. Wir gehen zueinander, wir greifen die Oberhand und Knöbel, schieben ihn nach hinten und die Hüfte gehen nach vorne. Sobald wir kommen, dass ihr die Dehnung voll gespürt. Wir bleiben auf den Bein, wir greifen den Fuß wieder außen, wir lassen das Knie sozusagen auch mit außen körpern und der Fuß kommt wieder öffnet. Sobald wir kommen, dass ihr die Dehnung spürt. Sobald ihr heisst, ihr habt in den Runden zu 막, die rechten Schultern geht nach vorne, sie geht nach hinten. Wir gehen zum anderen Arm, nach vorne, nach hinten, dann rollen wir den Schultergürtel. Einmal zurück, strecken die rechte Hand nach unten, Fingerspitzen gehen nach oben und der Kurvenseiten, die wir gesetzt haben. Falls ihr hier die Dehnung spürt, bleibt schon ruhig und hier die Lade. Und sie zieht hier bei den Fingerspitzen. Richtig, ganz gut. Und die andere Seite ist hier wieder die Dehnung. Fingerspitzen mit nach unten von der linken Hand. Und die Hände, Hände, Hände und Hände. Jetzt die rechte Hand, Hände und Hände, die Länge auch oben. Und wir bleiben hinten zusammen. Schau dir noch, soweit es geht, Hüfte, Rücken, Bleib gerade. Und jetzt wieder die Sprengung. Und jetzt wieder die Sprengung. Ja, das ist gut. Und jetzt noch tief drüben. Seitenwechsel. Und wirken gleich gerade. Und in die Sprengung. Und noch einmal alles ausschütteln. Wir kreisen die Arme. Nach vorne. Nach hinten. Linker Arm nach vorne. Nach hinten. Schütteln wir uns noch einmal so schnell aus. Unsere Hände greifen ineinander. Sind wir nochmal gut. Ungelassen. Einmal. Nochmal aushängen. Und die Hände. Beine Hände. Einmal nach hinten. Und schütteln aus. Okay, ihr habt es geschafft. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und einen schönen Abend heute. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.